Masern sind nicht harmlos. Bei uns in der Schweiz sind heute gerade besonders viele Jugendliche und junge Erwachsene ungenügend geschützt und wissen das nicht einmal selber. Wenn man später als Erwachsener Masern hat, dann ist das oft mit schweren Komplikationen verbunden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass gerade junge Menschen prüfen, ob sie genügend geschützt sind und sich allenfalls nachimpfen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020